Bin ich überhaupt fit genug im Thema? Der Klimawandel hat eine so große Tragweite, dass sich in der Schule leicht Anknüpfungspunkte zu jedem Fachbereich herstellen lassen. Da Sie diesen Kurs besuchen, haben Sie das auch längst schon erkannt. Nach Abschluss des Kurses sind Sie fit auf den verschiedensten Ebenen der Klimabildung. Sollten Sie sich dennoch unsicher fühlen, vielleicht aus Angst heraus, Falschinformationen zu verbreiten, haben wir einen Tipp. Gründen Sie einen AK Klimabildung oder treten Sie ihm bei, wenn es an Ihrer Schule schon einen gibt. Im Kollegenkreis gibt es bestimmt jemand, der sich bereits intensiver mit Klimabildung beschäftigt hat. Und so können Sie sich gegenseitig noch fitter machen. Entweder für den eigenen Fachunterricht oder noch besser für ein fächerübergreifendes Projekt. Untertitelung des Kurses